Thomas Zampach, Respekt-Botschafter, ehemals Fußballgott bei Eintracht Frankfurt und jetzt Kicker beim AFC Universe Frankfurt. Ich bin jetzt 43 und noch mal aktiv in der zweiten Liga zu spielen ist schon was Schönes. Es ist auch eine Genugtuung für mich und ich kann auch den Jungs wieder was zurückgeben an den Sport. Ich bin Sportler, ich will jedes Spiel gewinnen, also von daher gibt es für mich nicht, ob ich glücklich bin. Ich bin glücklich einfach über jeden Sieg, egal im Westen der Sportart, egal ob ich Spieljocker gespielt habe, Fußball, Traditionsmannschaft, das ist egal bei der Eintracht, ich will jedes Spiel gewinnen. Dazu allerdings kann er jetzt sehr viel beitragen, denn die Kicker-Position war in der Vergangenheit stets nur behelfsmäßig besetzt bei den Frankfurtern. Doch jetzt sammelt Thomas Zampach fleißig Punkte für sich und den AFC. Den ersten Footballverein Deutschlands, der mit dem Respekt-Logo auf dem Trikot spielt. Auch wenn es ein harter Sport ist, aber man geht immer fair miteinander um, man sieht es auch, wenn ein Spieler verletzt liegt, dann gehen die anderen Spieler mit auf die Knie und dann wird geklatscht auch von beiden Teams. Also man muss sagen, da ist sehr viel Respekt immer bei den Spielern und auch bei den Fans. Also von daher muss man sagen, ist Respekt auf jeden Fall in dieser Sportart ganz groß geschrieben und ich bin auch Botschafter für Respekt, für die Initiative, deshalb bin ich auch hier mit dabei. Thomas Zampach, der Vollblutsportler. Wohin die sportliche Reise mit seinem neuen Verein geht, ist allerdings noch schwer zu sagen. Ja gut, ich meine, wir wollen versuchen, so lange wie möglich oben dabei zu bleiben, das sind wir jetzt, haben uns da oben gefestigt und mal gucken, was für ein Allgäu es ist, ob wir die noch irgendwie abfangen können. Wir haben natürlich jetzt noch das Nachholspiel gegen Nürnberg, das müssen wir natürlich noch mal nachlegen, damit wir den zweiten Platz noch festigen und mal gucken, ob die vielleicht noch einbrechen, auch die Allgäuer. Und du hast irgendwie Blut geleckt und kannst dir das jetzt für die nächsten Jahre noch weiterhin vorstellen, oder? Ja, es macht Spaß und natürlich kann ich mir das auch vorstellen, noch weiterzumachen. Vor allem, Karl, wenn wir aufsteigen, Bundesliga wäre natürlich schon mal was ganz Besonderes. Hoch und genau, mittendurch. Thomas Zampach, Respektbotschafter und aktiver Footballer. Einfach klasse.